Okay, Freunde, 30 Teams in 30 Tagen heute mit den Atlanta Hawks, die mich ehrlich gesagt ziemlich verwirren. Ich weiß nicht, wo diese Mannschaft hin will. Auf der einen Seite hast du echt eine Menge Talent, auf der anderen Seite bist du aber auch nicht gut genug, um wirklich kompetitiv zu spielen, um wirklich in den Playoff-Serien zu gewinnen. Du hast eine Menge junges Talent, du hast ein paar bestätigte Spieler, einige Verträge laufen aus, einige Spieler sind über ihren Zenit hinaus. Wir wissen nicht genau, wo das hingeht mit den Hawks und deswegen bin ich so ein bisschen wie Trey Young damals in Oklahoma am College. Ich bin ein bisschen verwirrt und ich weiß es einfach nicht, wo die ganze Reise hingehen soll für diese Mannschaft. Ich will am Anfang direkt betonen, dass ich Bogdanovic extrem feiere, egal wie er in der NBA spielt. Da ist er ein überragender Roleplayer und im Trikot für die Serben ist er immer ein absolutes Monster. Deswegen will ich das einmal betonen. Trey Young, auch wenn er viel kritisiert wird, auch wenn er nicht von jedem der Lieblingsspieler ist, der Junge ist immer noch ein All-Star-Guard, der war immer noch mit seiner Mannschaft in den Conference-Finals und das ist ein sehr, sehr guter Scorer-Point-Guard, auch wenn er nicht unbedingt die beste Spielweise hat, damit deine Mannschaft gewinnt. Aber das ist sein eigenes Thema und er ist auch kein besonders guter Defender, klar. Ich bin in diese Preview gegangen mit dem Gedanken, dass ich schon ein Power-Ranking gemacht hatte über die Eastern Conference und mir ist aber aufgefallen, dass ich einen kleinen Denkfehler hatte in dem Power-Ranking. Ich habe nämlich den Hawks so ein bisschen den Rebuild zugesprochen. Ich habe gesagt, ey, weißt du was, ich kann mir echt vorstellen, dass die Capella traden, ich kann mir vorstellen, dass Trey Young bald einen Trade fordert und ich kann mir vorstellen, dass die Hawks selber sagen, weißt du was, uns stört das gar nicht groß, weil wir setzen voll auf das junge Talent. Wir setzen auf Jalen Johnson, wir setzen auf Zachary Risage, der man gerade an der 1 gedraftet hat. Wir setzen auf diese ganzen Youngins, die wir haben und scheißegal, was mit den Älteren ist, traden wir ruhig. Aber ich hatte einen Denkfehler, denn die haben ihre Picks nicht. Die haben ihre Picks an de John T. Murray damals verballert in Richtung Spurs und deswegen ist der 25er und 26er Pick in Richtung von den Spurs unterwegs. Der 27er auch noch, also das war arschteuer, ehrlich gesagt. Und am Ende muss man sagen, dass erst ab 28 die wirklich wieder ihren ersten Runden-Pick haben. Wobei ich gerade sehe, 27 haben sie zwar den Pickswap mit den Spurs, haben aber gleichzeitig von den Spurs auch wieder einen Pickswap, deswegen das gleicht sich vielleicht aus. Also wenn ich jetzt gerade nicht ganz falsch liege, dann haben sie vielleicht ihren 26er First-Round-Pick. Kann das sein? Sie haben aber auf jeden Fall nächstes Jahr ihren First-Rounder nicht und deswegen macht es keinen Sinn, wenn ich sage, ey, die setzen jetzt voll darauf, dass sie irgendwie schlecht sind und dass sie tanken, weil das bringt ihnen gar nichts. Sie haben ihren Pick halt nicht, deswegen das macht keinen Sinn. Also werden wir sie wahrscheinlich weiterhin kompetitiv sehen und ganz ehrlich, das Team ist nicht so schlecht, wie man vielleicht denkt. Sie sind ein Mittelmaß-Team, ähnlich wie die Chicago Bulls, ähnlich wie die Sacramento Kings. Es gibt so Mannschaften, die sind einfach vom Talent her nicht stark genug, um wirklich in den Playoffs zu kompeten. Und auf der anderen Seite sind sie nicht schwach genug, um zu tanken oder haben halt ihre eigenen Picks nicht, deswegen macht es sowieso keinen Sinn zu tanken. Ich habe mir aber trotzdem Folgendes gedacht. Wir haben einen Clint Capella, der ist in seinem letzten Vertragsjahr, wird danach unrestricted free agent, kann also ohne Gegenwert einfach gehen im Sommer. Das ist sein letztes Jahr, er ist 30, er ist wahrscheinlich über seinen Zenit hinaus. Warum ihn nicht traden zur Trade-Deadline? Also das wäre mein erster Move, ehrlich gesagt, wenn ich ATL wäre. Ich würde gucken, ob ich irgendwie Capella getradet bekomme. Das Gleiche würde ich machen mit Larry Nance Jr. Der kam zwar gerade erst aus einem Trade mit der John T. Murray, aber du hast keine wirkliche Verwendung für ihn. Sein Vertrag läuft auch aus, er ist 32 Jahre alt. Du kannst ihn theoretisch nochmal für kleines Geld signen, wenn er da bleiben will. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ey, du kannst auch versuchen, ihn zu traden. Und damit wäre der Starting Spot endlich, endlich, endlich mal offen für unseren Jungen und Yeko Kongwu, den wir schon seit Jahren hier auf dem Kanal pushen, wo ich immer wieder sage, ey, das ist langsam an der Zeit, dass er den Starting Spot übernimmt in Atlanta. Setz Capella auf die Bank oder trade ihn, aber lass sich meinen Jungen und Yeko Kongwu endlich mal entwickeln. Und jetzt ist es wahrscheinlich bald so weit. Also spätestens nach der Saison, ich hoffe so ein bisschen schon Mitte der Saison, sollten sie Capella traden. Weil der Junge ist legit. Ich sage das immer wieder. Das hier ist eine sehr kleine Sample-Size aus der letzten Saison. Da durfte er fünf Spiele hintereinander starten. Danach hat er sich dummerweise verletzt. In den fünf Spielen hat der Junge 16 Punkte gemacht, acht Rebounds, 1,8 Blocks. Hat auf einmal den Dreier bei 44% getroffen und aus dem Feld 65%. Wie gesagt, super kleine Sample-Size. Aber trotzdem zeigt das das Potenzial von ihm. Und ich glaube schon seit Jahren an das Potenzial von einem Yeko. Deswegen das persönlich würde ich ziemlich feiern. Insgesamt haben die Hawks einen jungen Core. Oder ist es wirklich der Core? Sie haben auf jeden Fall eine Menge junge Spieler, die in den nächsten paar Jahren sehr, sehr gut werden könnten. Und auf die du jetzt gerade in diesen nächsten ein, zwei, drei Jahren eigentlich eine Menge Konzentration setzen solltest oder könntest und solltest. Einer davon ist Jalen Johnson. Absolutes Monster. Der ist kurz vor seinem richtigen Breakout. Der hat letztes Jahr schon komplett rasiert. Hat sich da gesteigert von fünf Punkten im Schnitt auf 16 Punkte im Schnitt. Hat seine Minuten mehr als verdoppelt. Hat den Dreier plötzlich stark getroffen. Freibüffe kann er immer noch nicht ganz. Das ist nicht so stark. Neun Rebounds geholt. 1,2 Steals. Der Junge ist einfach der perfekte Prototyp Forward, den du haben kannst. Im absoluten Idealfall wird er mal eine Art Paolo Banqueiro. Er ist ein solider Verteidiger, ist nicht überragend in der Defense, aber er ist ein solider Verteidiger, ist ein wirklich guter Scorer. Wenn der Dreier weiterhin so fällt, der hat eine Menge Größe, eine Menge Power. Das könnte ein sehr, sehr spannender Spieler für die nächsten Jahre werden. Und wer auch super spannend ist bei den Hawks, ist er hier. Ihr kennt ihn mittlerweile sicherlich alle, denn er war der Number One Draft Pick 2024. Zachary Risagé. Der junge Mann kommt aus Frankreich, hat alles Potenzial der Welt, ein absolutes Free-and-D-Monster zu werden in der NBA. Das Problem ist nur, ihr seht ihn, der Junge ist skinny as fuck. Also der braucht einfach zwei, drei Jahre Entwicklung. Dass der überhaupt mal, bis der überhaupt mal den Frame entwickelt für die NBA, dass der wirklich in der Defense nicht mehr komplett geguckt wird, weil er einfach nicht dagegen halten kann. Das dauert ein bisschen. Und da sind wir dann eben bei dem Thema, wo ich gerade hin möchte. Wir haben bei den Hawks, ich weiß gar nicht, wie ich es richtig beschreiben soll, weil auf der einen Seite ist es gar nicht so schlimm, auf der anderen Seite irgendwie schon. Weil wenn du dir die Altersverteilung anguckst, ja, vor allem jetzt hier unten. Und Jekka 24, Risagé 19, Dyson Daniels 21, den du auch bekommen hast in dem DeJounte Trade, der ein sehr guter junger Spieler ist und er ist 21 Jahre alt. Jalen Johnson 23, Kobe Bufkin 21, David Roddy 23. Das sind alles Spieler, die hättest du normalerweise bei so einem Team wie den Blazers oder den Wizards, wo du einfach sagst, ey, wir setzen hier komplett auf die Entwicklung die nächsten paar Jahre. Scheißegal, ob wir gewinnen oder nicht. Und bei den Hawks ist es aber so, dass sie halt irgendwo so im Mittelmaß feststecken. Und auf der einen Seite denke ich mir, das ist nicht so gut für die Entwicklung der jungen Spieler, weil zum Beispiel, ganz ehrlich, wo habe ich hier meinen Depth-Chart? So hier. Risagé ist jetzt im Moment hier unten aufgelistet. Das muss aber nichts bedeuten. Das heißt jetzt nicht, dass zehn Leute vor ihm stehen. Vor allem ist David Roddy kein Small Forward. Aber du hast halt DeAndre Hunter und Jalen Johnson vor ihm. Wo und wie soll Risagé da Spielminuten bekommen? Ja, der ist ein Number-One-Pick, der jetzt von der Bank kommen wird. Und ich sehe nicht wirklich, wo seine Minuten herkommen werden, weil das Team eben kompetitiv versucht, in die Playoffs zu gehen oder zumindest in die Play-Ins. In einem schwächeren Team wie die Wizards, da kann Alex Saar machen, was er will. Das war der Number-Two-Pick, weil das interessiert keinen Mensch, ob die gewinnen oder nicht. Und da kann er sich ausprobieren, Würfe nehmen, alles Mögliche sich an den NBA-Lifestyle und an die Spielweise gewöhnen. Und diesen Luxus hat Risagé in dem Moment nicht. Auf der anderen Seite lernt der Junge halt direkt, wie es ist, zumindest ein bisschen zu competen. Zumindest im Mittelfeld der NBA zu sein. Und nicht bei irgendeinem Trash-Team, wo dir nur beigebracht wird, wie man verliert. Also das hat alles Vor- und Nachteile und deswegen bleibe ich bei diesem Bild hier vom Anfang. Ich weiß einfach nicht, ist das gut bei den Hawks oder schlecht? Ist es richtig im Mittelfeld zu competen, ja oder nein? Trae Young könnte irgendwann sagen, ey, wisst ihr was, Jungs, Deuces, das war's. Also ich fordere jetzt einen Trade. Auf der anderen Seite denke ich mir, ey, du bist Franchise-Player bei den Hawks. Es gibt sicherlich kaum was Geileres, als junger Multimillionär in Atlanta zu chillen, fragt mal A&P. Und ich glaube einfach, dass Trey doch bei den Hawks bleiben wird. Ich glaube nicht, dass der einen Trade fordert, weil wenn er einen Trade fordert, dann wäre das ja immer zu einer Mannschaft, wo er danach die zweite Option wäre. Und warum soll er das machen, wenn er die ganze Zeit in ATL die beste Option sein kann? Ist ja viel gechillter, meiner Meinung nach. Aber du läufst halt weiter im Risiko, beziehungsweise es ist einfach ein Fakt, du wirst halt nicht höher kommen als das Mittelfeld. Weil die Hawks, egal wie gut die Saison läuft, werden niemals auf das Level kommen, der Pacers, Magic, Cavs, Bucks, Knicks, Celtics. Das kannst du eigentlich fast genauso übertragen in die neue Saison, wie da die Spitze aussehen wird oder die Top-6-Teams. Du musst Philly da noch irgendwo reinbringen, vielleicht rutschen die Pacers raus, whatever. Aber am Ende des Tages haben die Hawks, die Bulls, die haben nichts damit zu tun, was hier oben abgeht. Und dann sind wir eben wieder bei der Frage, ist es cool, kompetitiv zu sein, aber halt im Mittelfeld festzustecken, Play-Ins zu spielen, vielleicht in der ersten Play-Off-Runde gesmackt zu werden und dann fährst du wieder nach Hause? Oder solltest du einen kompletten Rebuild machen, Trey traden, Capella traden und sagen, wir setzen voll auf so Jungs wie Jalen Johnson und Rieser-Jee? Dann werden dich aber die Fans angucken und sagen, wollt ihr uns verarschen? Warum sollen wir Trey Young traden, unseren absoluten Publikumsmagneten und der die spektakulärste Spielweise hat, damit wir dann Jalen Johnson und Rieser-Jee irgendwie feiern? Das sind ja überhaupt nicht vergleichbar von der Star-Power, die Spieler. Also ich bin echt ein bisschen ratlos, was diese Mannschaft angeht, zumal sie halt ihre eigenen Picks nicht haben. Das ist eigentlich das für mich wirklich Problematischste und ich habe mich mittlerweile so ein bisschen daran gewöhnt beziehungsweise damit abgefunden, okay, nächstes Jahr bringt es, also nächste Saison bringt es gar nichts, wenn sie scheiße spielen, weil sie haben nicht ihren eigenen Pick. Die können eigentlich nur hoffen, dass die Lakers schlecht spielen, damit sie den Pick bekommen. Okay, dann haben sie 26, diese doppelten Pick-Swap. Das heißt, ich schätze, sie bekommen hier einen Pick zurück. Es müsste eigentlich ihr eigener Pick sein. Gehe ich mal jetzt davon aus, 27 haben sie auch nicht ihren Pick und dann erst 28. Und ich denke, bis 28 hast du dich wirklich auch entschieden, ey, setzen wir weiterhin auf diesen Trey Young oder setzen wir nicht auf Trey Young? Und ich denke, dass das die Herangehensweise sein wird. Deswegen, ich nehme das zurück, was ich im Podcast gesagt habe, weil das unter falschen Informationen von mir so ein bisschen kam. Ich glaube nicht, dass es den großen Blow-Up gibt bei den Hawks. Ich kann mir vorstellen, dass Capella getradet wird. Ich glaube, dass dafür Onjeka der Starter wird und das ist auch richtig in der Entwicklung. Ich glaube, dass Jalen Johnson und DeAndre Hunter eine Menge spielen werden. Rieser-Jey muss dahinter irgendwie gucken, wie er klarkommt. Und dann gehen die Hawks wahrscheinlich irgendwas zwischen 11 und 8 in die Play-Ins. Also 11 werden sie nicht in den Play-Ins, aber sagen wir mal, wenn sie die 10, 9 oder 8 erreichen, dann sind sie im Play-In. Traue ich ihnen Duo-Dyche-Spiel zu? Ehrlich gesagt nicht. Sollten sie es gewinnen, verlieren sie in der ersten Runde gegen egal welches Team, weil sie schlagen weder die Knicks noch die Celtics noch Philly noch die Bucks in der ersten Runde und das werden eins der Top-3-Teams auf jeden Fall sein. Okay, Freunde, das war es von mir. Ein bisschen verwirrendes Video, ich weiß, aber ich kann es selber nicht ganz einordnen und ich habe jetzt auch echt eine Menge Team-Checks gemacht. Manchmal passiert es dann, gerade wenn man viel an einem Tag macht, weil ich gerade eine Menge vorproduzieren muss. Manchmal passiert es, dass man dann auch eine Sichtweise auf ein Team hat und die Fanbase sagt dann zum Beispiel, ey, wir sehen das gar nicht so negativ oder ey, du hast den und den Punkt übersehen, wir müssen voll in den Rebuild gehen, weil XY, das kann theoretisch sein. Wenn ich was übersehen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, damit das Ganze vollständig ist und wir hören und sehen uns morgen wieder mit dem nächsten Video. Ich bin gerade nicht hier. Wie gesagt, das ist alles vorproduziert, aber wir haben die 30 Teams in 30 Tagen, das ist komplett fertig. Wenn ihr das hier seht, das heißt, ihr habt bis Samstag oder Sonntag Videos vorproduziert und dann ab Montag bin ich wieder da, dann komplett mit tagesaktuellen Themen, weil dann auch die NBA-Season anfängt und dann bin ich logischerweise komplett hier locked in. Okay, Freunde, wie gesagt, das war es von mir. Ein bisschen konfuse Sicht auf die Hawks, aber ich kann es auch nicht anders machen und ich habe es schon mal aufgenommen, komplett, hatte dann das Gefühl, nee, das war zu negativ, lass mich nochmal machen. Hab das jetzt gerade gemacht, hab versucht, einen neutralen Ton zu finden mit trotzdem eben mal ein paar Bedenken, die ich habe bei der Mannschaft und ja, jetzt bin ich einfach auf eure Meinung gespannt und wie gesagt, wir hören uns morgen mit dem nächsten Team. Bis dann, haut rein, Freunde. Peace.